ein herzliches hallo von mir an euch schön dass ihr wieder eingeschalten habt zu einer neuen folge dead by daylight und ich hatte schon die befürchtung dass wir korrupte intervention haben meistens wenn ich an dem gen starte ist das so aber nein ich hätte glaube ich schnell aus dem schrank springen müssen als er nachgeschaut hat gefunden hätte er mich wahrscheinlich sowieso aber so hätte ich ein bisschen vorsprung gehabt super los geht die runde also irgendjemand sollte schon mal grund Ich glaube, der eine Jen war auf dem Vordach, der, oder? Wir müssen da nur irgendwie auf die andere Map-Seite. Ich glaube, ich mache das Totem weg, am Hügel. Oh Gott, Blast. Jo, Blast. Ich will die jetzt retten. Was macht die Glüdie denn hier? Sorry, Steve. Aber ich habe nicht so ganz verstanden, was die Glüdie dort gemacht hat, warum sie nicht gerettet hat. Ich glaube, er möchte jetzt Steve aus dem Spiel nehmen, weil er weiß, Steve ist halt gut. Und mit den Glüdius und mir hat er wahrscheinlich ein deutlich leichteres Spiel. Was macht denn die Glüdie? Die Glüdie, die rennt auch nur... Hier hinten sind doch noch Generatoren. Ich bin nur erst an einem vorbei. Da war auch kein Killer in der Nähe, grad. Oh Gott. Was? Wo sind die Ausgänge? Da. Oh, lass dich doch erst mal heilen. Dass du dort bist, weiß er doch. Oh. Oh. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die eine Krüge geben. Steve bereitet den Ausgang vor. I'm going to die. Oh shit, das schaffen wir nicht. No shit, Sherlock. Leute, 99er-Tor ist was anderes. Kludi. Sorry, aber... Ich weiß, wie ich mich jetzt ärgern würde, wäre ich an Kludis Stelle. Autsch. Wie, ist sie jetzt raus? Ja, sie ist raus. Wie auch immer sie rausgekommen ist. Aber vielleicht hat sie geblendet. Dafür stirbt sie jetzt? Ich weiß es nicht. Aber das war bitter. Sehr bitter. Ähm. Okay, wir sind bald alle noch raus. Okay. Wir sind raus. Danke, Steve. Danke. So. Wir sehen uns in der nächsten Folge sehr gern wieder, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Dabeisein. Fürs Zuschauen. Und habt noch einen tollen Tag. Bis dahin macht's gut. Bye, bye.